Auf jeden Fall Erfolg mit der Mannschaft und der Reis kommt von alleine, wenn man gut auftritt. Und da brauche ich mir jetzt nicht viel Gedanken und hoffe einfach jetzt die letzten 4-5 Monate die Saison gut abzuschließen als erstes Ziel. Keine Sache, die perfektioniert bei mir ist, deswegen bin ich auch noch jung. Deswegen denke ich, in jeder Sache kann man sich immer noch weiterentwickeln. Also mir wird sehr weitergeholfen hier und klar geht es nicht von heute auf morgen. Man tastet sich schon mal daran an, aber ich kriege keinen Druck, dass ich in zwei Tagen hier alles perfektionieren muss und hoffe einfach, dass ich von Tag zu Tag immer besser reinkomme. Wo ich gewusst habe, dass Interesse besteht, habe ich mir auch die Spiele intensiver angeguckt und sehr, sehr aggressiv. Und das macht mein Spiel auch aus und deswegen freue ich mich drauf.